Hallo und herzlich willkommen zu Tutu's Kitchen. Heute gibt es Fenchel und Orangensalat. Als erstes nehmen wir uns den Fenchel und schneiden den ganz fein runter. Der Rest kommt auf die Seite für eine Gemüsebrühe. Ein paar Radieschen. Und eine Zwiebel. Genauso wie den Fenchel ganz fein runterschneiden. Habt ihr schon den neißen Track bemerkt? Den haben wir von unserem Kumpel Camillo. Auch genannt Beats ohne Cash. Die Kontaktinfos könnt ihr dann in der Videobeschreibung nochmal finden. Der zweite Hauptdarsteller, die Orange. Wird erst mal geschält. Und ja. Genau, jetzt wollen wir möglichst nicht das Weiße mit rausschneiden, sondern die Orangen so filetieren, wie ihr jetzt sehen könnt. Und rein in den Salat. Nehmt ruhig den Saft mit. Free Chebacadou! Kern raus und auch die Avocado rauslöffeln und ganz fein slicen. Dann habt ihr ein bisschen mehr von. Und die Salatkrönung. Shakey, shake, shake. Salten. Pfeffern. Chili. Tututut. 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 Kitchen. Okay, Granatapelsirup und Limettenzeste. Und auch Limettensaft. Dann etwas Rucola. Und jetzt kommt Zucker, weil wir haben schon viel zu viel Schärfe und Bitternis. Und deswegen auch noch den Rest der Orange auspressen. Bei uns wird nichts einfach weggeschmissen. Okay, und noch der halbe Granatapfel von letztens. Außer Hawaii-Pizza. Das wird direkt weggeschmissen. Nein, ich mag das. Geh weg. So, dann kommt wieder unser Fancy-Pants-Teller. Und die Avocado einfach oben drauf. Die gibt auch noch mal so ein bisschen was Mildes, weil es schon sehr scharf. Gut, dann hören wir jetzt einfach noch ein bisschen der Musik zu. Sagen Danke, Camillo. Guten Appetit. Folgt Tutus Kitchen und lasst ein Like da. Tschüss. Tschüss.